Wie alt ist er? Er ist 1937 geboren. Und wo war er, als geschossen wurde? Sie alle auf dem Band gesessen haben, als sie angefangen zu schießen. Diesen Mann von Explosionwelle bis dahin geflogen ist. Und hier auch zwei Tote. Hat er Kopfverletzung? Ja. Das ganze Gesicht ist wichtig ab. Das Gehirn rausgeflogen. Und andere? Die andere hat mit Brust getroffen. Ganz schlimm. Und hier hinten dem Fenster im Raum. Ein Mann gesessen hat. Rund um ihm alles ist kaputt gegangen. Aber er ist verletzt geblieben. Ein Wunder passiert. Und gibt es die Menschen im Raum oder nur draußen? Nur draußen. Was meinen Sie, es waren Minen? Das weiß ich nicht. Ein schönes Geflogen in Altenheim. Ein schönes Geflogen in Altenheim. Sie sind sehr empfangen? Was hat sich zu schrauben? Sie sind sehr empfangen, wenn sie aufschritten haben? Sie sind sehr empfangen, wenn sie aufschritten haben? Sie waren nicht von uns. Sie waren bei uns in der Nähe von hier, als geschossen wurde? Nein, die war eine andere Station. Es ist darum, den Gebäude geschossen wurde und dann in die Ferbe reingeflogen wurde und alles kaputt gemacht. Gostet will und gibt uns sowas nicht mehr. Weint doch nicht, jetzt haben wir einen Schutz, die Männer werden uns schützen. Diese Bösen, die geschossen und geschossen. Ein Mann hat rausgelaufen und hat geschrien, laufen Sie weg, verstecken Sie sich. Aber diese Männer mit Rollstühlen nicht geschafft, wegzulaufen. Ah, извините, тут вообще от человека, что осталось-то? Ah? Тут что от человека осталось-e? Что nicht осталось? Ach, ich bin doch nicht. Hat dieser Mann große Verletzungen? Er ist durch die Kampfe im Körper geschossen worden. Entschuldigung, aus dem Ballstuh? Entschuldigung, Tibet-kins. T completa? Entschuldigung, Kids. Tja-t. Tja. 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 Entschuldigung, die Tja. 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 Wir sehen uns hier. Es war ein Tor, oder? Ja, es war ein Tor, oder? Ja, es war ein Tor, oder? Es war ein Tor, oder? Schulterverletzung. Wie heißt diese Einrichtung? Das ist ein Alpenheim. Hier ein Wächterraumbach, mein Gott. Ich bin ein Wächterraumbach. Ich meine, dass es eine Gäubige war. Das ist mein Name, Herr. Ich meine, dass es mein Name war. Mein Du ist die gleiche Diversiongruppe? Die Gäubige sind kaputt. Die Gäubige sind kaputt. Sie haben auch jemanden verloren? Nein, nein. Sie haben keine Gäubige. Sie haben keine Gäubige. Sie haben einen Barsen. Sie sind hier. Sie sind in der Höhe. Sie sind in der Höhe. Sie sind in der Höhe. Sie sind hier. Da schpigelt, das schpitzelt, alles kaputt. Das ist alles hier. Das ist alles hier. Wir haben die Kompäne nicht geschlossen. Das ist die Materialistische. Das ist alles hier. Wie kann man das hier aufzunehmen? Sie können Sie das beschreiben. Ich habe so etwas nicht gesehen. Es ist schrecklich. Ich weiß in Angola und in Mozambik, das sind ungelämte Menschen, aber sie machen keine solche schreckliche Sachen. Wahnsinn. Wir waren heute beim Feuerwehr und Poliklinik. Also, die solche Beschüsse, die die Diversanten gemacht haben, die haben das extra aus sozial bedeutenden Einrichtungen, um mehr Schaden zu schaffen, um mehr Menschen zu töten. Danke Ihnen von voraus. Auf Wiedersehen.